Ja, liebe 96 Fans, es ist mal wieder soweit. Wir präsentieren euch den nächsten Neuzugang. Jakar Biol ist bei mir und wir freuen uns ganz besonders, dass er da ist. Hallo Jakar, schön, dass du da bist. Wir starten in Deutsch, weil du ein wenig Deutsch sprichst. Wie geht's dir denn? Ich bin sehr gut, danke. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich bin froh, dass ich dieses neue Chapter starte. Ich hoffe, dass Hanover helfen, dass es gute Dinge in dieser Saison erreicht hat. Und was sind deine ersten Impressions von der Stadt und dem Stadion? Ja, das Stadion ist großartig. Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich sein wird. Ich habe noch nicht viel gesehen, aber ich denke, es ist wirklich schön, dass es hier im Stadion ist. Es gibt viele Parks und Dinge. Ich mag es bis jetzt. Warum hast du dich für Hannover 96 entschieden? Ja, ich denke, dass sie gute Ambitionen haben. Ich denke, es ist der erste Bundesliga-Klub und ich hoffe, dass wir dieses Jahr erreichen. Du bist ein junger Spieler. Was sind deine Ziele hier? Ja, mein persönlicher Ziel ist es, zu spielen und zu spielen und zu geben, alles zu dem Team und zu helfen, wie möglich wie möglich. Und natürlich werden das Team erreicht. Wir hoffen, dass wir die erste Bundesliga dieses Jahr erreichen. Wissen Sie, wann du dein Team mit deinem Team treffen möchtest? Jetzt ist die Trainingzeit, aber wenn du alle sie treffen möchtest? Nicht heute noch, aber ich hoffe, dass ich morgen, morgen, dass ich alle treffen. Vielen Dank!